Ich glaube, wir müssen mal den Platzpunkt A holen. Ja, da war ich ja gerade und du hast gesagt, das sind die ja gar nicht. Ja, aber wir müssen ja wieder einnehmen. Ja, meine Rede. Na dann, go! Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin es, Assual TV und wir spielen mal wieder eine Runde Battle Finance mit dem alten Kameraden Yeti. Ja, hey, hallo. Auf ohne Krieg. Geil. Wir spielen eine Runde Vorherrschaft auf der Karte Am Rande des Reiches. Oder Am Rande des Wahnsinns. Da bin ich schon angekommen. So, wir haben Einsatzziel erobert. Cool. Einfach durchs Rumstehen, ich bin so gut. Ja, oh, oh, hier. Kennst du, hast du mal Battle, äh, Call of Duty gespielt? Boah, den ersten Teil ja, vor 20 Jahren. Da gibt's ja Herrschaft, ne? Hm. Genau, und Vorherrschaft ist dasselbe, bloß im Battle Feeder. Geil. Oh, da schießt etwas Böses. Ich hab das so lange nicht mehr... Ich war ja mal gut, Leute, ne? Aber jetzt hat sich das so ein bisschen geändert. Ich bin tot, belebe mich mal bitte. Ah, ich kann nicht. Ah, au, au, wo, wo? Direkt vor der Fresse, ich Idiot. Aua, au, 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 au. Oh, er kommt näher? Schafft das noch? Nein. Bitte, wenn du das jetzt nicht schaffst, bist du ne Pfeife. Sanitäter in der Nähe. Komm jetzt ran hier, Mann. Acht Meter, Digga. Komm mit deinem Arsch. Ja, bei mir sind es sechs Meter, Mann. Ach komm, ich belebe mich wieder, alter Dreckspussy. Ich soll ja nicht zerschissen hier. Er ist selber gestorben, weißt du? Oh, Noob. So, Bastion A gilt es einzunehmen. Der gewählte Einsatzpunkt ist nicht mehr verfügbar. Der gewählte Einsatzpunkt ist nicht mehr verfügbar. Komm doch ran hier, komm doch zu mir, Digga. Homie. Bro. Komm wieder hier, Bastion. Dann machen wir halt das. Ja. Oh, die sind über uns. Au, da sind gleich zwei, wenn du die Mauer hochkrabbelst. Ne, drei. Einer direkt an der Fahne und zwei links. Den langen Weg. Den langen Weg. Ich hab Zeit, weißt du? Du hast Zeit, ja, ja. Ich hab Zeit. Wo gammelst du denn rum? Warte, komm mal gleich zu dir. Ich hab Zeit. Ich bin hinter dir. Lass sie uns niederstürmen. Lääh. Wo sind die denn? Die sind weg, die haben Angst gekriegt. Ich bin nicht laut, die sind die Umwege. Da hinten. Wo denn? Ach. Ja, hast du verletzt. Das war ja frech. Ja, die Tussensstimme, die ist auch voll motiviert, ne? Wir haben Einsatzziel. Ja, du hast so viel Motivation, in der Stimme. Ich find, die klingt eher so, als hätt ich irgendwie nur überdumse Schlaftabletten drin. Wollen wir es stürmen oder wollen wir verteidigen? Ich bin für verteidigen. Verteidigen, okay. Stürzt man nicht ganz so schnell, weißt du? Ich muss ja auch erstmal wieder ein bisschen einschießen hier. Ups. Auf dem Teammate kann ich schießen, das klappt schon mal. Ja, ich schieß dich auch ab. Ey. Komm her, komm her. Alter, komm her. Ich stech dich ab. Ich mach dich besser. Ich mach dich besser. Ich mach dich besser. Au, au, au. Das warst du. Au, deine Schuld. Deine Schuld. Die schmeißen da zu zweit dran. Dritt. Zu dritt schmeißen die Granaten über uns. Die Eichelköppe. Ja, das geht locker. So, ich brauch dich Messerwinde. Das gibt Rache. Das, 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 das. Das, 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 das. Ich will bei A spawnen und spawne bei C. Alles klar, Mann. Ja, aber die Waffe, die ich gerade habe, geht ab. Oh, ey, du bist ja bei mir. Hey, Homie. Marotzer. Oh, da wurde jemand gebannt. Verpiss dich, Cheater. Gesocks. So, wirf da hinten. Ah. Da sind zwei unten im Tor unter der Bastion. Und einer läuft über den Platz. Aber lass dich ruhig leben. So, ich geh, ich geh zu Albert. Warte, ich bin hinter dich. Ich bin oben drauf. Ah, gegenüber. Aua, Hilfe. Über dir. Ah, neben mir. Was ist die neben dir? Du stehst schon wieder neben dir. Ah, hier liegt einer. Ich muss nachladen. Ah. Ich will bei dir. Ich will, ich will spawnen. Ich kann nicht unter den Schuss. Gut, dass du mich nicht gesehen hast. Ah, da hinten ist der Nächster. Nee, das ist ein Gegner. Du lügst. Stich ihn ab. Ja, und schlitz ihm den Darm auf. Lebst du noch? Nein. Kannst du mich wieder belegen? Oh, ich habe keine Spritze. Ach du, wo ist ja das gute Crystal Meth, Mann. Spritz mir in die Wehen, die Scheiße. Sei doch nicht unter Beschuss. Was fällt dir denn ein, Mann? Ich will doch beitreten. Ja, stirbt er dir einfach. So, guck mal ran hier. Ich bin da. So, ich will jetzt die Bastion stürmen. Hä, was ist der nicht verfügbar? Einfach bei mir beitreten. Läuft doch. Ja, kann ich nicht. Der ist nicht verfügbar. Lügst du auch. Nein, guck mein Video, Alter. Ich brauche auf. Als wenn ich... Nee. Das mehr Abos als Event, brauche ich die Aufrufe. Ich gucke lieber meine eigenen Videos drauf. Stirb du Schweine mit. Äh, heile mich erst mal. Ach, du liegst hier schon wieder, oder? Dankeschön. Ili, Granate. Au, da fliege ich einmal. Oben, 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 oben. Ich muss erst mal ein Leben kriegen hier, hallo? Das sind drei Leute, Alter. Mach mal was. Wie, du bist schon wieder tot, oder wie? Noch nicht. Wo konnte ich denn da sparen? Da ist alles voll bei dir gewesen eben. Ich bin tot. Ach, Noob. Wo sind sie denn? Ja, die sind rechts oben. Gegenüber von dir. Da sind sie, guck. Komm her, du Bitch. Bleib stehen, Alter. Ich... Ich werde hier schon wieder zum Höhlen, Mensch, Mann. Hä? Von rechts war auch wieder ein... Von rechts die bösen Narben. Von rechts sind auch zwei. Was ist das denn hier für eine Massenversammlung? Ich weiß auch nicht, doch. Warum kann ich denen nie beitreten? Ja, weil du mich nicht magst, wahrscheinlich. Aber den zweiten kann ich beitreten. Das ist alle Logik. Also, das Spiel... Was? Das musst du studieren, weißt du? Ach so. Kann man das an der Electronic Arts University, oder was? Oder wo kann man Battlefield studieren? Äh, EA. EA. Jetzt kann ich dir beitreten. Boom. Ich bin der Arte. Ich glaube, ich muss meine Maus sehen. Sie noch mal ein bisschen justieren. Ich habe eine Kondonate geworfen. Stirb doch. Niederlage. Yay. Geil. Verloren. Alter, da habe ich gerade... Hab ich toll. ...volle Grafikfehler hier. Alter, mein Rücken tut so weh, Mann. Das ist ja auch schon so alt. Aber das war jetzt schon mal die erste Runde. Und ich würde sagen, wir sehen uns auch gleich in der zweiten wieder. Oder, Yeti? Oder? Wie? Ja, gleich so im Anschluss. Meinst du so ganz krass? Ja, ja. So Doppelfolgen-Style? Ja, alles klar, Freunde. Nicht lang schnacken. Dann bis gleich. Headshot in Nacken. Bis gleich. So, Freunde. Wir sind zurück auf dem Schlachtfeld. Wir krepeln diesmal hier durch das Dickicht durch den Wald. Vorherrschaftseroberung. 200 Punkte. Oh, yeah. So, Fahne wird eingeholt hier, oder was? Leute, das ist nicht meine Lieblingsmap. Ich hasse diesen Map. Was sagst du jetzt nur so? Nee, insgesamt. Ich mag die Maps nicht. Alle Maps. Oh, ist die Waffe laut, Alter. Ich bin tot. Ist dir in der Nähe? Äh, ja. Ich seh dich. Warte mal. Ich gucke mal. Au, au, au. Nee, ich bin tot. Hab gerade irgendwie meinen Kopf verloren. Ich weiß auch nicht, was da los war. Halt's über Kopf. Oder wie ging das Lied? Äh, keine Ahnung. Ach, warum, was brauchen wir denn hier? Da fugt, Mann. Da fugt. Da fugt. Da fugt. Da fugt. Da fugt. Warte mal. Hier liegt jemand auf dem Boden. Granate auflassen. Erstmal hier schön Drogen verteilt. Okay, da oben sind Menschen. Ihh. So richtige Menschen. Ich gehe irgendwie fest, was ist denn hier los? Ich bin aber auch wild geschossen. Ich seh nur nix bei dem ganzen Rauch. Jetzt will ich aber, dass der mir hilft. Das erwarte ich jetzt von dem. Hat er dir geholfen? Ja. Headshot. Jawoll. In die Phrase. Wad? Wo denn? Was bist du denn für ein Emu? Und jetzt bin ich auch tot. Ich hätt ihn nicht wiederbeleben sollen. Verdammt. Alter, ich könnte kotzen. So richtig, so brichdurchfallmäßig, oder was? Ja, brichdurchfall, Mann. Geil. Na kommt, und jetzt gehen wir durch. Jetzt gehen wir durch. Bin, bin, bin behind dich. Durch die Mitte. Durch die Mitte. Was ist das denn hier? Der Feind kontrolliert alle Einsatzziele. Ich bin ein Einsatzziel und ich werde nicht kontrollieren. Mich kontrolliert der Himmel. In die Fresse und oh shit, da hat er mich mit der Granate hochgeballert. Hat er mich so. So richtig kladdere Datsch. Wir haben Einsatzziel Albert, erobert. Wir haben Einsatzziel Albert, erobert. Albert, erobert. Albert, wo bist du? Albert. 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 Alter. Hustet er hier. Hab schon wieder Asthma hier gekriegt. Ach, du warst schon tot. Verdammt. Warte, Mari. Homie, Digga, bleib doch. Alter, da bist du doch gar nicht. Willst du mich heilen? Ja, hier. Heilsame Berührung. Erstmal Griff an den Sack. Cool, danke. Geiles, ich heile dich gleich mit. Ja, ist doch geil. Weiß gar nicht, was du hast. So, wo sind jetzt die geilen Snitches und Bitches? Was ist da beim Gas? Beim Gas? Gas, hier ist Gas. Das ist dein Gegner. Ah, ich hab ihn getötet. Kannst du mich heilen? Ich kann dich sogar wieder belehren, wenn du... Ist das nicht was? Du nachatmet, Mann. Ich hab ein neues Wort erfunden. Nachatmen. Nachatmen, du. Nachatmer, du. Verteidige Ding A. Oder heißt das A? Ist das A hier? Das ist das gute A. Das ist A, ja. Weiter so jung, sagt er. Das Ziel ist so in unserer Hand. Ich hab mir mal ein paar Videos angeguckt. Da gibt es so Making-Obs. Nein, nein, ja. Wie die Synchronisation gemacht wurde. Also im Synchro-Studio von... Vom Battlefield 1. Und die mussten da wirklich dann so teilweise so trainieren. Wirklich wie bei der Bundeswehr trainieren und sowas. Damit sie das stimmlich hinkriegen, als wäre es total echt. Das glaube ich. Fand ich total geil, Alter. Mussten sich auch gegenseitig den Kopf schießen, bestimmt, wa? Nee, da war... Der eine hat gesagt, der eine Synchrosprecher hat gesagt, das ist halt nicht so, hier hat das Mikrofon, da ist der Text. Sondern das war, wir gehen jetzt erstmal runter, eine runde Liegestütze. Und dann Menschen erschießen. Damit du so voll auf Adrenalin bist, wenn du das einsprechen musst. Ja, ich bin tot. Kannst du mich retten? Nö. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja. Der Bunker. Hallo, kommst du? Ich bin bei den Kaiserrucken. Ja, komm mal dazu, ich bin hier. Ich bin Kaiserrucken, Digga. Mann, oh. Das ist früher ein Stressbetreiber, Mann. Nein. Jawohl, da hat mich mein Team gerettet. Oh, und jetzt bin ich irgendwie gestorben. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie gestorben. Ich glaube durch eine Kugel. Ach, vielleicht war es ja auch ein Hirnschlag. Ein Blutgerinnsel. Ich glaube eher, ja. Story. Hä? Was? Ich bin jetzt bei einem Zugdepot. Kannst du mich retten? Ich weiß gar nicht, wo du bist, Digga. Ich bin bei Albert. Bei Adolf. Ja, aber das brauchen wir doch gar nicht mehr. Wir müssen jetzt zu Cäsar. Halbzeit. Wir haben die Oberhand. Hier, guck mal, eine Hand. Pack die Hand lieber ans Gewehr, Jogge. Aber nicht die Oberhand, das ist nur die Hand. Ach so. Rettet mich doch mal öfters, Mann. Hallo, Rettung. Ja, da musst du neben mir sterben. Rettung. Oh, mach das so. Der ist auch gut. Ah, jetzt brauchen wir den. Komm, komm. Herrlich. Ich bin bei dir. Ah, da links. Ah, schieß. Der ist tot. Gut. Kommt der nächste Fatzke an. Wo denn? Dann Fatz ihn weg. Der ist auch tot. Hier, sind die gerade gespawnt. Ich glaube, wir müssen mal den Platzpunkt A holen. Ja, da war ich ja gerade. Du hast gesagt, wir sind die ja gar nicht. Ja, aber wir müssen ja wieder einnehmen. Ja. Meine Rede. Na, dann go. Durchs Gebälk. Ah, guck mal, da kommt schon. Da wird schon die Fahne gehisst wieder. Oh, wie wir alles kontrollieren. Wir sind einfach voll die Kontrollfreaks hier. Ja, da ist noch einer. Oh, die haben Bertha geschnappt. Die Schweine. Da renne ich auch gerade hin. Dann mach ich mir auch mal auf den Weg. Oh, der braucht einer Munition. Warte, hier. Kamer, der Munition brauche. Ich sterbe schon. Ich sterbe ja schon, nachdem ich zwei Schuss abgefeuert habe. Ich bräuchte lieber sowas wie ein Godboot oder so. Kannst dir alles kaufen. Das nennt sich Heckklein. Kannst du dir kaufen. Das ist ein ganz legales Programm. Das heißt Heckklein. Mhm. Irgendwie glaube ich dir nicht. Doch, doch. Du kannst mir glauben. Das Einzige, was gelogen haben, war das mit dem, dass es du es dir kaufen musst. Das musst du dir einfach unterladen. Das ist kostenlos. Ach so. Wo soll ich? Geil. Hui, da kam ein Gegner geflogen. Kommt ein Gegner geflogen. Setzt dich nie da auf dein Gesicht. Und Pym meldet dich nie da. Weißt du, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass wir in jeder Rocket League Folge mindestens einmal über Penisse oder Vaginas reden. Jetzt fängst du hier bei Battlefield auch schon wieder an. Entschuldigen Sie. Du bist so penisfixiert einfach. Einer muss doch hier für die Quote sorgen. Einer muss doch hier für die Quoten, ja? Du penisfixierter Typ einfach nur. Lass mich doch meinen Fetisch ausleben. Ja, ist okay. Ich bin ja auch glücklich mit meinem Penis. Ist doch alles in Ordnung. Alter. Geht der jetzt hier auf Rassendiskriminierung? So gibt es auch Rassen, die keinen Penis haben. Ja, Frauen. Ist voll die Rasse. Die Rasse Frau. Theoretisch ja schon, ne? Nein. Die denken anders. Sie sind anders. Sie sehen anders aus. Und sie haben auch andere Genitalien. Das ist eine biologische Abart. Abart ist das schon klar, aber... Es ist abartig, nicht eine Abartung. Es ist keine andere Rasse. Aber ich, also ich hab nichts gegen das Problem. Ich mag die Dinger trotzdem. Kannst du mich wieder... Warte, ich muss erst mal sterben. Du bist doch... Aber guck mal, Sieg. 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 Und bin ich wieder letzter? Na, vorletzter. Yes. Was bin ich? Ach, du bist der allerletzte. Ach ja. Also, solange ich vor dir bin, sag ich... Halt die Fresse, du Lutscher. So, mit diesem tollen... Warte, ich will noch kurz sehen, ob ich eine Kiste kriege. Eine Kika-Kiste. Komm schon, jetzt gib mir eine Kiste, du Stück. Spiel, du... ...du Stück Software. Ich krieg von euch 10 Euro Zuschauer, wenn er keine Kiste bekommt. Hm, träum weiter. Komm schon, Leute. Komm schon, Kiste, bitte, bitte, bitte. Komm, hab Mitleid. Komm, ich bin so schlecht gewesen, ich brauch eine Kiste. Ich krieg 10 Euro. Du bist so eine missgeburtene, blöde Stück Scheiße. Also, in diesem Sinne, Freunde, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr den Yeti. Und abonniert ihn oder guckt seine Videos nicht. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja, ich muss das sagen. Ich krieg von ihm dann nachher Geld. Du kriegst Schläge, kriegst du. So, in dem Sinne. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.